So Leute und damit herzlich willkommen bei diesem neuen Livestream und heute spielen wir Skyward Sword wieder weiter. Wir kommen immer immer näher zum Finale. Ich weiß nicht mehr ganz wie lange wir brauchen, aber ich glaube wir sind wirklich kurz davor es zu schaffen. Und ich bin gehypt, also das ist wirklich cool, weil das ist eins der, ich glaube das erste Streamspiel, das wir zusammen durchspielen und das finde ich schon wirklich sehr sehr cool. Ähm, ich habe Special Alerts gemacht. Wer nicht weiß was das ist, wenn man eine genaue Anzahl, zum Beispiel 420, also 4,20 Euro spendet, dann kommt ein besonderer Alert, der normalerweise nicht kommt. Ähm, die genauen, also ich glaube ich habe vier oder fünf gemacht, die sind in der Videobeschreibung drin. Also wenn ihr mal irgendwie was spenden wollt und ihr wollt was genaueres oder was besonderes, dann schaut einfach in die Videobeschreibung. Vielleicht, ähm, gibt es dann irgendwie was, wo ihr gerne mögt oder so. Ich weiß noch nicht, ob es final ist. Ich glaube nicht, dass wir es heute durchspielen, aber wir kommen sehr nah dran. Das Silien-Shield, ich mag das echt nicht machen. Das ist so schwer. Bist du fair? Ich muss aufpassen mit der Bombe. Ich muss aufpassen mit der Bombe, Alter. Und da scheint es schön raus. Bin gespannt. Zani, es klappt. Zani, he's calling. 911 klappt es. Danke schön, für das du die Polizei gerufen hast. Ich bin gerade wirklich erschrocken, weil ich war da so, und ich war so, what the fuck, Alter. Danke schön, für die 12 Euro. Imperium, ich werde es zu 100% nicht schaffen. Wir können es irgendwann mal machen, dass ich den mit Absicht, also, dass sie den geplant spielen, aber ich habe echt nicht so viel Motivation. Ka-ching! Sehr nice. Mein Parasiegel, ja, das ist ein bisschen defekt in diesem Spiel. Das Parasiegel ist hier echt nur ein nettes Gimmick, und mehr auch nicht. Ich muss Gira ihm nicht verprügeln. Ist er nicht da? Das ist sehr gut. So, hier gibt es so viele Steine der Zeit. Hast du im Erlaubnis das Donnerdach eingeholt? So, oh loo, es geht los. Yo, Brudi, du wirst sterben, ciao. Sei, ah, I don't feel so good, Link. Oh nein, nicht diese, ich hasse sie wie die Pest. Ah, ist ja eigentlich egal, Alter. Ich laufe einfach weiter, dann können die mich ja mal am Arschleck. Schieb das Teil, dann können sie mir nichts anhaben. Ja, schau, die spawnen schon. Die hier in Ordnung, weil die haben nur eine Richtung. So, easy, ne? Ah, der Rest ist einfach fucking... Ist das ein Prank, der Weg da nach links, oder? Hä? Ich bin sehr irritiert. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Das ist halt böse, weil es mit Zeitdrang ist, und du bist so, ah, Hilfe, Mami. Ist hier was hinter dir, der Typ... Mann, ich will immer so Secret suchen, aber da ist nichts. Und nö. Oh, ich brauch keine Sau. Ah, das hat die Mama gehört von denen, Alter. Und dachte so, what? Oh, ho, 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 ho. War das Klaus? Denk, da ist nur der Fleischrass und der Pflanze, nehmen dir die so groß ist wie du. Also chill, chill, rück dein Leben. Chill, rück dein Leben. Ames Mikro. Es tut mir auch leid, es tut mir auch leid. Der Donnerdrache Donny, Alter. Nee, der ist halbwegs... Also, was heißt cool? Aber der Wind bringt mich halt nicht 10.000 Mal um, also... Der Baum wird ja in meiner Zeit... Jetzt wird schon gewachsen sein. Ah, okay, hier hinten. Sehr gut. Ja, jetzt darf ich hier durch. Vorhin so... Oh, nein! Ich hab dich doch... Dann so, fünf Sekunden später. Es hat sich nichts geändert von der Gesundheit von ihm. Ja, klar, Brudi. Warte, halt. Ich aktiviere jetzt die Zeit. Vielleicht ist dann da grüne Wiese. Yes, sehr nice. Sehr gut. Hä? Nee, Lüge! Ja, Mann, ich hätt's nicht mehr machen müssen. Ich hab aber keine Pfeile mehr. Heißt, ich darf jetzt den Lame-Ass-Way-to-Go nehmen und mit dem hier fliegen. Es kann nur noch Jahre dauern, Leute! So. Ähm. Alter, da sah die auch noch echt ganz schön fick aus. Aber... Ja, obwohl. Äh. Aber besser als in der Gegenwart. Die geile Omi. Die denkt sich auch so. Weißt du? Die ist so seit... Ja, wohl, da ist sie noch nicht seit Jahrzehnten da. Aber es ist einfach nur so... Oh, eine Person kommt. Und dann kommt Link einfach nur so... So schnell durchgesprintet, setzt so einen Baum ein. Renn sie wieder zurück und sie ist so... Hey, 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 hey. Okay, weitere tausend Jahre in Einsamkeit. Was scheiße schwer ist. Ich würde ja ein Acht nicht mehr schaffen. Was führt dich zu mich, Zockbot? Schau mal, ich hab die Frucht bekommen und... Die schaut echt nice aus. So. Äh, seine Augenbrauen sind einfach richtig lit. Das ist so, jedes Kind, wenn es so Badeschaum hat und so... Sich so hintut, so... Ich bin der Weihnachtsmann. Ich sehe einfach, wie Link diesen Wurf nicht schafft. Und einfach die Frucht so ins... Ins Nichts. Und dann war so... Ripp. Ich glaube, das war einfach nicht die Frucht des Lebens, Sondern irgendwie Kokainpflanze oder so. Ja, ich will mich der Gefahr stellen. Ich bin ein Mönchlicher Mann. Halt, halt, Vorbereitung, Vorbereitung, Jungs. Also. So. Das hier ein bisschen weiter weg. Ich hab noch immer nicht... Ich hab noch immer nicht genug Platz. Hört ihr mich noch gut? Hört ihr mich? Ich werde sowieso wahrscheinlich die meiste Zeit schreien. Okay. Während ich den Vertrag unterschrieben hab und dem... Ach, das war der. Den mochte ich gerne. Hä? Ja, damit kann ich nichts anfangen. Du Gecko. Hä? Ich check den Kampf nicht mehr. Ich glaube, in den Tepper hat man den ja freigeschaffen. Mann. Ja, jetzt hat wohl gesagt noch alt gemacht. Das Schwert ist echt zu klein. Ja, finde ich auch. Nur Großes. Mann. Ich muss nicht deine Arme töten. Ich gehe jetzt straight. Ach, sein Herz. Nice. Sehr geil. Okay. Okay. Ja, wir haben uns wieder ein bisschen geheilt. Also, ich fang schon so an zum Sweaten. Aber es passt. Okay. Erster Boss, finito. Nice. Nein. 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 Ich weiß, ob ich den Pass ihrer first aufgerufen habe, lou draufhou. Oh, nö derecho. Hu. Die Ogasmus-Geräusche sind immer im Terhuge. Ah, ihr habt ¡autbrechen! Mann! Girewin ist so ein fucking Nefallen. Warte, was soll ich tun? Hä? Was genau? Okay. Den Angriff habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Ich habe von oben geschlagen. Das ist das Schlimme an diesem Kampf. Man macht es richtig. Und es funktioniert halt einfach nicht. Ja, Sands. Es ist in Ordnung. Aber schau mal, ich habe so viel Leben verloren. Nicht noch mal diesen Scheiß Huren. Also, nach rechts unten zeigen wir. Und jetzt gehe ich nach oben. Das meine ich. Und ich gehe schnell nach oben. Ich muss langsam nach oben gehen. Egal, was ich mache. Egal, was ich mache. Es funktioniert nicht. Also, okay. Der wurde leichter gemacht. Vielen, vielen Dank, Sunny. Richtig geil. Nein, der verfangt den. Okay, ich bin ein bisschen vor. Jetzt fliehen hier. Und es gibt kein Herzen. Ihr gönnt einfach nicht. Unmöglich. Nice, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach dem Abendessen wieder. Also, danke schön. Vielen, vielen, vielen Dank, Manu. Endlich ein Grund mehr als ein Euro zu spenden. Danke schön. Manu spendet 1,11. Endlich mal ein Grund mehr als ein Euro zu spenden. Wie wäre es mit 80 oder 30 Euro für mich die? No, we don't do this here. Gerade nur noch rechtzeitig. Das ganze Herzen dafür, Manu. Vielen, vielen Dank für den Euro und 11 Cent. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir es so. Wir sehen uns bald wieder. Ich pausiere das Spiel. Und wir sehen uns in so einem knappen Stündchen. Bis Daddy. Ciao. Ich hoffe, ich sehe euch wieder. Ich will euch alle wiedersehen. Hahaha.